Nein, 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 nein! Was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Ich schlachte meine Männer, die Fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das hier in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der, der meine Männer mit einem Prügeltod schlägt, der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein. Das ist doch Soldatentratsch. Kein Mensch glaubt wirklich, dass der Bärenjude ein Golem ist. Und wenn doch, die schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster, die nach Belieben erscheinen und verschwinden können. Sie wollen beweisen, dass Sie aus Fleisch und Blut sind? Dann bringen Sie sie mir! Ich werde sie nackt. Das ist doch so! Ich werde sie bären, schlüpfen uns doch. Ich werde sie nackt. Ich werde sie nackt.